Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag. Heute ist der 1. Juni 2023. Es ist 7.55 Uhr und ich bin immer noch zu Hause. Ich muss mal ins Büro. Ja, was gibt es zu erzählen? Es ist Donnerstag. Aktuell ist es ein bisschen grau und grau und windig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein kurzärmliches Hemd heute angebracht ist. Aber laut Wetter soll es heute eigentlich über 22 Grad werden. Genauso wie gestern. Wobei es gestern, glaube ich, mehr als 22 Grad waren. So, was haben wir denn hier? 20 Grad, 13 Uhr, 22, 14 Uhr. Schauen wir mal. Wir probieren das einfach mal aus heute. Ja, gestern war Arbeitstag im Büro, war gut. Und danach habe ich mich ja mit Andi getroffen und das war auch sehr schön. Wir sind am Gleisdreieckpark in so einem, na, Biergarten will ich es nicht nennen, aber irgendwie so eine gastronomische Einrichtung gegangen. Haben da ein bisschen, was habe ich, Pipi-Platsch, Brause, alkoholfreies Bier und danach noch zwei Limos, Apfelsaftschorle und Rhabarberschorle. Also da ein bisschen rumspaziert. Zwei Stunden haben wir, glaube ich, in Summe verbracht miteinander. Und dann sind wir wieder unsere Wege gegangen. Das heißt, ich war irgendwie so kurz nach sechs zu Hause. Habe noch was gegessen. Habe noch mit dem Leon ein bisschen Elite Dangerous gespielt. Wir haben zusammen Handelsmissionen gemacht. Und irgendwann um zehn bin ich dann so langsam ins Bad. Und halb elf war ich im Bett. Und heute um sechs Uhr, 20 oder so, bin ich wieder zu mir gekommen. Ja, heute ist der erste Juni. Ein Tag der Freude, ein Tag der Trauer. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas dazwischen oder beides. Freude für Leon vielleicht. Ich weiß es nicht. Für mich auch Freude. Ich muss das erst mal beobachten. Ich freue mich auf jeden Fall, ihn heute auf Arbeit zu sehen. Ansonsten Tag der Trauer vielleicht, weil heute sozusagen das gemeinsame Netflix-Schauen ein jähes Ende findet. Also die Broskis, mit denen ich das die letzten Jahre gemacht habe, habe ich ja letzte Woche informiert. Und habe gesagt, hier, Juni gebe ich euch das Geld zurück. Oder vielleicht sogar bis Dezember, wenn ihr schon so weit im Voraus gezahlt habt. Und es ist leider das Ende in Sicht. Und ja, heute ist es soweit. Ich selber habe noch bis zum 17.6., glaube ich, den Account. Und dann geht der zu. Haben sie auch eben gefragt. Ach, du willst kündigen? Willst du nicht auf einen günstigeren Account gehen? Auf Full HD vielleicht? Und ich so, nee, ich will schon 4K mit meiner Glotze. Aber Full HD ist auch gut. Und ich so, nee, danke, cancel. Und als Grund habe ich ihr dann reingeschrieben, dass es halt einfach zu teuer ist. Mal gucken. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht hole ich mir Netflix dann nochmal über einen anderen Anbieter oder so. Und in einem Bundle mit einem anderen Streaming-Dienst. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal. Ja, heute ist Donnerstag. Ich muss heute ein Brettspiel mitnehmen. Da muss ich dran denken. Auf Achse werden wir heute spielen und auch Fotos von machen für die Kommunikationsabteilung. Und ansonsten schaue ich mal, was heute im Büro so los ist. Wieso es uns heute allen so geht und wer so da ist und was so für Themen entstehen. Ich glaube, ich habe vier Termine heute. Ist also noch überschaubar. Und ich muss mich immer noch mit dem Thema befassen, ob ich mich jetzt auf eine vakante Stelle innerhalb unseres Fachbereichs bewerbe oder nicht. Ich weiß es nicht. Muss da echt nochmal in mich gehen. Aber eigentlich hatte ich genug Zeit nachzudenken. Einfach schreiben die Bewerbung. Gut, das ist es von mir. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen, äh, was ist Donnerstag? Einen wunderschönen 1. Juni. Äh, kommt gut durch den Tag. Und wir hören uns dann morgen beim nächsten täglichen Block 1. Stream wird es heute nicht geben. Äh, genauso nicht wie gestern. Äh, aber vielleicht morgen. Mal gucken. Wobei morgen habe ich, glaube ich, bis... Ach nee, morgen ist ja... Sind da Spättermine? Nee, heute sind Spättermine. Bis 15, 30 oder 16 Uhr. Äh, ja. Dann gucken wir mal. Also vielleicht sehen wir uns ja morgen beim, beim, beim Twitch ansonsten am Samstag wieder. Gut, also bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bis bald. Tschüss.